einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ja wir wollen neue spiele uns angucken wie ihr seht vr ich nehme das mal mit der avamedia auf dadurch kann ich halt meine kopfhörer tragen und kann das halt hier von der couch aus streamen und ja wir wollen erstmal rin gucken erst mal ein kleines angezockt machen wartet mal bei mir beschlägt nämlich gerade die linsen machen wir abenteuer modus oder effekt modus machen erst mal ein abenteuer modus vielleicht wenn die runden nicht so lang sind kann man ja überall mal rin gucken tetris in vr ich bin echt mal gespannt normal möchtest du ja ich möchte ein tutorial anschauen grundlagen im baustein nach unten machen kann so der nächste kommt da kommt da oben auf nette brauchen wir doch nicht total beenden das tetris aber immer noch mal anfänger wer weiß wie schwer das wird komische töne aber cool ja mit wasser ist irgendwie komisch vr zu spielen die töne sind ein bisschen komisch aber also nicht komisch schlecht so 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 Scheitern. Machen wir mal so. Ich habe eine Idee. Ach, ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Jetzt wo eine Stange kommt. Machen wir mal eine kleinere Hübel. Machen wir mal eine kleinere Hübel. Oh, die Musik ist jetzt geil. Oh, das blinkt ja alle. Oh, das gibt garantiert Content ID. Das ist bestimmt eine Content ID Musik. Was ist das? Ja. 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 Ich verbaue mir alles. Mist. Mist. Ja. 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 Was nun? Maximal erreicht? Ich hab's noch gewonnen oder was? Ist das jetzt Bonus oder was ist das jetzt? Ich hab's noch nicht gewonnen oder was? Wir machen die Untertitelung des ZDF, 2020 Mit den Farben, da kommt man ein bisschen raus aus dem Takt hier. Mit den Farben, da kommt man ein bisschen raus aus dem Takt hier. Mit den Farben, da kommt man ein bisschen raus aus dem Takt hier. Mit den Farben, da kommt man ein bisschen raus aus dem Takt hier. Mit den Farben, da kommt man ein bisschen raus aus dem Takt hier. 30. 30. Fange ich jetzt hier immer mit dem an, wo ich jetzt aufgehört habe? Oh, jetzt kommen hier auch farbige Punkte vor mir. Das sieht ein bisschen chinesisch aus. Wenn hier was passiert. Scheiße, das muss man ausgleichen dann. Ja, das muss man ausgleichen. Das Level noch und dann gucken wir uns mal den anderen Modus an. Ja, das muss man ausgleichen. Ich bin bescher so schnell 800cc. Ben former als Koch-Takt hier. Ja. Da, 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 da. Na, Entschuldigung Leute, wenn ich hier nicht so wirklich gerade quatschen kann. Ich bin hier konzentriert, um es nicht zu verkacken. Meine Frau, oh scheiße, falsch. Meine Frau ist netterweise am PC und drückt dann halt, hat die Aufnahme gedrückt, hat bestätigt. Wenn wir hier fertig sind, macht sie da auch Stopp. Da, 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 da. Shit. Oh, jetzt war kackig. Da, 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 da. Da, 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 da. Kommt noch eh ne Reihe. Da, da, da. Oh Gott. Ach so, mein Controller ist fast leer. Ne Silberne Trophäe hier. Ach so, das besteht immer aus drei Runden oder was? Okay. Okay, wir gehen mal zurück. Jetzt machen wir mal den Effektmodus. Also es ist echt eine ganz ungewöhnliche Erfahrung Tetris in VR zu spielen. Deutschland. Was ist denn das da oben? Ach, da bin ich. Wo bin ich? Ich kreise um die Erde rum. Bearbeiten. Avatar. Ah, ich habe einen Fisch. Okay. Man kriegt auch noch mehr. Okay. Ist das jetzt online oder wie oder was? Ich kann noch viel ohne Itaesen ausprobieren. Ich kann es nicht mehr insüge sein. Ich bin einig. 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 Stop. Ich bin einig. Ich bin einig. Untertitelung. BR 2018 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 Die gucke ich aber immer schräger. Ich hoffe, das Bild ist noch gerade in der Aufnahme. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020